So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Battlefield. Multiplayer, morgen der Morgen. Ich habe ja mal Battlefield gestartet, nur habe ich kurz davor Outlast gespielt. Und bei Outlast ist ja L1 ist ja Laufen. L1 ist Laufen, achso, ja, stimmt. Bei Outlast, ne? Und dann habe ich das natürlich in Battlefield auch versucht. Und wer ist Granate und Granate deckt mir diese Lauf. Okay. Das hatte ich aber heute bei Battlefield auch. Ich habe mir eigentlich angewöhnt von Daylight, dass ich ja den Stick reindrücken muss. Allerdings hat es auch gesagt, dass ich auch irgendwie L2 oder so gedrückt halten kann. Das wusste ich ja nicht. Oh, ja, nee, komm, dann nehmen wir das Fahrzeug, da kann dann alle. Nee, 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 ich kann ja vorne drauf. Achso. Ähm. Okay. Ich seh, ich seh, ich seh, höh? Funktioniert das? Hö, ich seh, was macht, was macht, hä? Ey, halt mal den Rücken frei. Wo ist er denn jetzt? Ich seh sie gar nicht mehr. Hallo? Das ist voll wunder. Ich hab mich vergessen. Egal, es hat zwei, der ich glaub nicht, der ja. Nee, nee. Schaut euch, ich hab euch überholt. Nee, 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 nee. Juhu. Ähm, das ist mir, wie gesagt, das ist mir auch passiert. Und zwar, wie ich Daylight gespielt hab, halt den Stick reingedrückt, oder gedrückt halten halt. Kannst du ja auch machen am Rennen bei Daylight. Und das hab ich hier bei Battlefield mir so angewöhnt gerade. Obwohl, ihr brauchst ja nur einmal drücken. Ein Panzer bei D ist ganz böse. Ja. Wo gehen wir denn als erstes hin? Bei C? Da, 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 ja, da, ich seh's. Aber, äh, äh, hinter mir auch, auf der Brücke. Oh. Da hab ich ein panzerisches Problem. Hm, hm, hm. Obwohl, das war eine Flugabwehr. Oh, daneben, nee, 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 nee. So, äh, wollen wir auch, und dann, wo, wohin eigentlich? Das ist, ähm, ich spart mal. So, jetzt bauen wir mal bei dir. Gucken wir nochmal. Ah, da hinten schimmeln sie. Ach, ist hier der Lolo. Trolololo, 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 Trolololo. Hilfe bei Schwanzwunschung. Wie normal ist das denn? Äh, Entschuldigung, Hilfe bei Piep. Hilfe bei Piep. Entschuldigen wir, ich hab's ganz vergessen, was ich ja nicht... Wir sind ja, wir sind, wir sind ja hier, äh, wir bleiben hier jugendfrei. Wir haben noch keine 22 Uhr. Oh. Unter der Brücke ist einer? Ja, ich seh ihn. Ich schieß dir in den Kopf. Wo ist dieser? Warum, ich schieß dir die ganze Zeit in den Kopf, weil du vor mir stehst. Ah, Mann, oh. Aua, hinter uns, hinter uns. Hinter uns oben auf dem Geländer, über dir. Ich bin immer... Oh, 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 oh. Über dir. Ich muss immer voll in die Action. Ja, mitten rein. Mitten drin, statt nur dabei. Jetzt hab ich schon wieder den... Echt? ...n Spruch gesagt, der eigentlich vom anderen TV-Sender ist. Hahaha. Das deutsche Schwulenfernsehen. Oder wie die Blonde, lieber Arm ab als Arm dran, ne? Ja, genau. Da hinten war auch einer, geradeaus. Hier, links, ist der. Ich bin ein Pädobär. Pädobär. Pädobär? Ich bin ein Pädobär. Wo ist der, der hier war? Da, hinten, der Rentner. Nein, 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 nein. Oh, ich kipp immer wieder. Nein, ach, was mache ich? Hahaha. Was mache ich denn? Das war so... Von hinten im Gebäude oben. Das aus... Also, wenn die jetzt bei Aal sich rumzummeln, sollten wir die D einnehmen oder so. Ja, irgendwie nach hinten fahren oder sowas, aber die Angst, Fahrzeuge, ah ne, ich hab Fahrzeuge... Also, ich will die Leute bei YouTube machen, nur vom Fach. Nicht vom Fach. Hahaha. Ja. Das Dreier gestirnt von Battlefield ist mal wieder unterwegs. Hahaha. Juhu. Wow, what the fuck, steigt aus. Hahaha. Was wird das denn? Hahaha. Fahr mal einfach mal drauf zu. So, mal schauen, was passiert. Ich glaub, ich nenne dir die Folge, die drei von der Tankstelle. Nein, der macht nix, der bleibt liegen. Nein, das ist ein ganz lieber Panzer, das ist ein ganz, ganz lieber Panzer, so. Also, ich fahr diesmal nicht, ich bin schon umgestiegen. Hahaha. Hahaha. Nein, das... Nee, nee, Hardstiler darf mal fahren. Das, äh... Wohin soll die Reise denn gehen? Hahaha. Wohin die Reise, erst mal... Nicht zu artig, nicht zu artig, nicht zu artig. Hahaha. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Du weißt, dass ein Panzer steht. Der sieht mich nicht. Nein, das ist ein lieber Panzer, der... Ja, toll. Ich steig aus. Ich steig aus. Ich steig aus. Ich steig aus. Das, äh... Wow. Ich will hier gar nicht mehr Auto fahren. Hahaha. Okay, denn des Nächstes darf Shelly dann gleich fahren, ja, wenn wir stehen, wo drauf gehen sollten. Hahaha. Ein Crash ran. Hahaha. So, nehmen wir mal D ein, wenn wir schon dabei sind. Einmal... Machen wir hier die Rollläden zu. So. Ja. Ich hab gar nicht auf ne Karte... Oh, der Panzer kommt. Der Panzer kommt. Der Panzer kommt. Ja, der kommt. Er kommt. Der Knight Rider. Äh, ne. Ich guck nicht. Ich guck nicht. Der Panzer kommt definitiv. Der weiß ganz genau, dass wir hier drin sind. Ja, Vorsicht. Was machst du da? Hahaha. Hat den C4 in der Hand. Achso, okay. So wie der eine Troll da, in der eine Runde, der einfach C4 runter schmeißt die Treppe. Äh, wo gehen wir als nächstes hin? Nach E? Jo. Gut, dann gehen wir mal daraus, wo der Panzer stand. Der ist doch da wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Nordwest ist ein Panzer? Ja. Ja. Was? Und dann renne ich erst mal rüber. Wo seid ihr denn? Hallo, warum lasst ihr mich denn hier alleine? Ein Gebäude. Oh. Der hat zwei, der gerade gestorben ist. Achso. Irgendwie hab ich das Glück heute. Ich, ich, äh, äh. Wir dürfen Shelly da nicht alleine lassen. Da ist... Oh. Du kannst hier raus. Hier ist momentan relativ... Oh nein! Es ist da ein Panzer und ein Heli. Geht mich nicht. Oh. Ach, das ist immer noch im Nordwesten. Gibt's doch nicht, ey. Er hat mich gesehen, glaub ich, der Panzer. Oder? Oh. Ich bin immer noch im Nordwesten. Ja, toll, der Panzer weiß, wo ich bin. Das ist... Ich versteck mich hinter einem Baum. Das ist... Ah, nein! Jetzt... Scheiße, das werd ich auch nur gemessert. Fuck. Der ist weg. Mr. Nemo. Anzahl ist tot. Der gibt bestimmt gerne schwimmt. Mr. Nemo hat mich erledigt. Der geht bestimmt gerne schwimmen. Du warst auch Mr. Nemo. Wie cœur. Schatz. Jetzt ist schon wieder Mr. Nemo... Oh God. Das gibt Rache. Das gibt Rache. Prozent das ist ein Fockseid jetzt so ein Fockseid-Bull-Beil nicht Rappappappapp! Nein, ich fahre, nein, ich fahre nicht das ist ein geile Aussicht ja, ich guck hier ah, okay, jetzt sitzt ich hier drin, okay, dann kann ich umgucken ich verwirr die Schiebe das Problem ist jetzt, ich weiß nicht was draußen passiert, weil ich so wenig aus den Scheiben gucken kann das heißt, ihr müsst mir schon mal sagen, wenn ich aussteigen soll, ne? Fahrt raus, fahrt raus, fahrt raus, fahrt raus ich hab das Auto gestrattet, ohne einen Gegner zu sehen, das ist nicht voll wer sitzt mir denn da eigentlich gegenüber? Lass mich hinten ein Fahrzeug reparieren fahr ich sonst auch immer Aua! Oh, 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 oh Frauen sind doch die besten Autofahrer, oder? Ja Eni, h поним. Habe ich überfahren Ha 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 ha, Aua! Oh, ah, oh, oh, ich steig, oh, ich steig überhaupt Ach, ah, oh, oh, oh Oh, toll Botti pipsch mit einer Spo! Boah, ich hab hier alles Hapi, habe ich überfahren Aich native Ich bin stolz darauf Hahahaha D.h-D und euch nach unten und verfolgen ja ich sehe es aufs war oben geht aber komm herkomm 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 kommen kommt kommt zu kappen gott weil er ist ja helikopter weißt den helikopter wo 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 ich brauche für die was für ein anderes visier ehrlich da oben steht nach oben schimmelt der Aua oh gott diesel power 20 10 diesel power Scheiße aber ich habe auch genau super Ingo Diese Runde leben wir auch. Aber nur ganz, ganz knapp. Ja, ganz, ganz knapp. Ah, guck, wie sie hier... Genau da, wo ein Panzer ist. Genau da werde ich gespawnt. Sponsor! Ähm... Lass dich wiederbeleben wahrscheinlich eher nicht, ne? Ah! Panzer! Nee, nee. Sorry. Tarnung. Bad Boy. Bad Boys, Bad Boys. What's she gonna do? What's she gonna do? Baby, come for you! Aua, 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 aua! Ey, ich spawne wir jetzt sofort angeschossen. Jo. Oh, das sah sehr gut aus von euch beiden, Shady. Ach komm, Shady, was machst du denn auf dem Fußboden? Genau. Wo guckst du von dir? Wo wollt ihr nur mal was gucken? Das bringt dich wieder auf die Beine. Das bringt dich wieder auf die Beine. Ah, danke. Level up! Diddly! Ey, Mann, was geht mit dir? Level up! Was hab ich jetzt bekommen hier? Oh, wir kriegen Kundschaft. Oh, scheiße. Mann, die Wand muss weg. Was war das denn? Bist du jetzt durch meine Granate gestoppt? Außer wenn... Ich kann nicht mit, äh, Munition zu schützen, aber nicht wieder zu schützen. Warum war ich nicht? Iberfront... Iberfront hieß der. Ach, scheiße. Du bist wieder okay, Soldat! Ja, ich bin wieder okay. Sie haben mir gesagt, ich werde niemals einen Lama das Fahren beibringen! Määäääääe! Nein, Lama! Der Sniper hat einer! Ich seh ihn noch nicht. doch weiter mann zwei auch Arnein schon wieder dieser Mr. Nemo mit seinem Heli er ist so umgefallen Nein, 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 nein. Haha. Mann, wollen wir mal gucken. Wie? Wollen wir mal hier. Wieder hier. Weißt du, wer schwul ist? Du! Haha. Haha. Du ist schwul. Im Südwesten ist ein Panzer ganz weit hinten. Das einfach auf Entfernung drauf geht. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Ende. So, stirb. Stirb, Kartoffel. Heute nicht. Ah, da hinten läuft er. Da hinten schimmelt noch einer rum. Wo ist er hin? Gott, hab ich ein schlechtes Aiming gerade. Das gibt's doch gar nicht. Ach, da oben. Ach, da oben. Ach, da oben. Na, super. Ich glaub, ich sollte mal wieder die Wasser wechseln. Auf der Brücke oder diese... Zwischen den Gebäuden. Ja. Die kann man da bei... Bei B, glaub ich, oder wo das ist, schimmeln die da rum. Ähm... Also da wird zwischen den Gebäuden. Was nehm ich denn jetzt? Rosa, hier kommt einer. Vorsicht. Oh, drei Stück. Scheiße. Samuel. Ähm... Den... 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 Gibt's doch nicht. Die Granate ist genug für seine Nase kaputtgegangen. Mhm. Aber die sind hier deskmodiert, die sind kaputtgegangen. Oh. Man könnte den Kopf frei machen müssen. Deswegen ist er auch nicht gestorben. Nehmen wir mal die. Nein. Oh da kommt ein Panzer, du weißt schon dass da ein Panzer kommt? Nein, nein. Ach ich spawnd bei Hardstiler und guck direkt ein Panzer ins Gesicht. Ja super. So stelle ich mir Battlefield vor. Ja, gleich direkt in der Action. Ja, du hast ja gesagt. Nicht erst lang laufen. Bei dir ist ja sofort Action, hast ja gesagt. Wow, 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 der wollte mit Granate in... Ich komme gar nicht zum Reden. Der wollte mir gerade C4 ins Gesicht werfen. Das geht ja gar nicht. Nicht nett. Nee. Kommt da einer? Ja, nein. Wusste er, wusste er. Der auch immer da drauf. Äh, Panta. Ja, ich habe ihn angeritzt. Ich habe ihn wieder getroffen, aber ich habe keine Muni mehr. Ey, du spielst da. Warte, welchen beworfen? Pionier, ne? Warte, ich habe so einen... Ich habe so einen PLM, so einen Markier den Kumpf. Hier ist deine erste Hilfe, Mann. Wieso spiele ich denn jetzt Medik? Ach ja, ich hätte ja Medik gewählt, ne? Ich habe ein Feind. Wow, den habe ich einfach mal vom Quad geschossen. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh, das ist mir dann normal.